Okay. Aber seid leise. Die Tante schläft. Oh, oh, die Tante. Die Frau Burgstahler. Ja. Kennt ihr das? Hey, ihr könnt eine Kassette hören. Oh ja. Oh ja. Ja. Oh, 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 oh. Wie haut der mit die Kano? Ich bin voll müde, seid mal ein Stimme und die Burgstahler. Wir müssen mal reisen sein. Ey, wer springt gleich da runter? Ne, ich trau mich das. Nie im Leben. Hier runter. Sau. Wenn du machst nur hoch. Ja? Ja. René? Ja. Ja. Springst du auch runter? Klar. Na, okay, was frag ich überhaupt? Frieda? Ne, ich trau mich nicht. Frieda holt jetzt erstmal Benjamin Blümchenkassette. Soll ich die holen, oder? Ja. Wiederhol mal. Hehehe. Ich bin voll müde. Hey Leute, das ist noch viel zu früh. Aber erst muss der Felix jetzt da runterspringen. Hallo. Ja, du wolltest doch. Ja, Alex auch. Ich wollte aber erst wenn du willst. Ey! Hey! Oh, der Frieda, der Scheiß! Hey! 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 Soll ich wirklich springen? Das ist ja gut. Frieda! Was mach ich, wenn ich aufs Klo muss? Spring! Spring, Alex! Los! Alex, spring! Oh man, das ist echt hoch, ey! Ich warte hier. Frieda will ja eh noch die Kassettung holen. Dann wirst du hier oben kleckig sterben. Soll ich wirklich springen? Ja! Also ihr habt dann auch? Ja! Ich krieg die Leiter nicht! Na klar! Okay! Uah! Haha! Ja, ich auch! Uah! Ich schalte den Traum wirklich schnell! Nee! Moor! Saubuch! Jo! 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 Jetzt seid doch verrückt, da tu ich mir doch voll weh. Okay, coi, jetzt war�� jetzt rum leider, ey! Dann bleibst halt da oben Du bleibst dann eben da oben – wenn du Pippe machen musst, musst du runterpippen! Wir gehen dann schon mal Pippe machen, tschüss! Oh voll fies ey! Mann! Spreng ich auch! Mir ist die Blätter runtergefallen, jedes Mal! Da ist sie! Und hat er Drehgetan? Joa!